Jetzt mal was für die richtigen Cracks unter euch und zwar, ja ihr füllt bestimmt noch irgendwelche Shampoo oder Versiegelungskonzentrate oder Reinigungskonzentrate in einem Messbecher ab, oder? Erstmal hier eine geilere Variante und zwar ist das ein Measuring Cup hier von Carpeau, den gibt es zum Beispiel auch von Chemical Works, noch ein bisschen günstiger, kleiner Tipp an der Stelle, den könnt ihr euch einfach mit dem passenden Ansaugschlauch, den ihr auf Länge erstmal schneidet, je nachdem was ihr für eine Flasche habt, steckt den oben auf, schraubt den fest und jetzt guckt euch das hier mal an. Einfach ein bisschen nach unten drücken, zack und dann könnt ihr hier das Gewinde sozusagen einschrauben und dann habt ihr das immer schön drauf und könnt einfach drücken und füllt euch dann eure 5ml, 10ml, 20ml, was auch immer direkt ab, indem ihr einfach nur auf die Flasche drückt, macht oben die kleine Kappe auf und dann könnt ihr das Ganze einfach in einen Wascheimer rein dosieren oder wo auch immer in euren Tornator oder wie ihr das gern wollt und so könnt ihr das auf jede Flasche machen, die ihr halt einfach oft nutzt, wo ihr oft Konzentrat rausnehmt und das ist natürlich viel, viel sauberer und einfacher und habt nicht so einen schmutzigen Becher rumliegen. Sehr geil, guckt es euch gern mal an. Coole Sache, bis zum nächsten Mal. Ciao.